Hallo, ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge, Minecraft Skypixel Highblock, gemeinsam mit mir, dem Zombie, Halli, Hallo, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch, wir haben, die sind immer noch nicht voll, Junge, ich habe hier mittlerweile 8 Stück stehen, von denen, ich brauche mehr Eisen, und ich habe die über Nacht laufen lassen, und die sind nicht mal voll, also ich habe einfach gestern in der Früh einmal reingeguckt, und dann hat die noch nicht mal ansatzweise genügend für die Eisenrüstung, dachte ich, okay, hey, ich warte noch einen Tag, ist mir scheißegal, und jetzt sind die immer noch nicht voll, was seid ihr denn für langweilige Dödel, könnt ihr nicht einfach ein bisschen Eisen sammeln, alter, wir haben die 50.000 Eisenbahnen erreicht, und haben den Enchanted Hopper freigeschaltet, äh, ich habe beim letzten Mal übersehen, dass, ähm, einige der Rezepte doch etwas teurer waren, als erwartet, wir brauchen nur noch 1, 2, 3, 4, 4 mal 10 verzaubertes Eisen, ich glaube, das bekommen wir heute hin, erst mal 100 Stacks Eisenblöcke, aber eigentlich müsste ich die dann noch weiterlaufen, also ich kann sie heute noch mal weiterlaufen lassen, beziehungsweise ich kann sie ja in eine Kiste legen, die Upgrades bleiben ja da, und die Effizienz auch, das ist ja eigentlich sehr gut, so, wir machen einfach hier schon mal so ein bisschen was, wie schnell das weg geht, ne, einfach, okay, 4 Super Eisenbahnen, fertig, alles weg, aber wir haben hier noch ein paar Eisenblöcke, ja, für diese Super Eisenbahnen braucht man, ich glaube, davon 32, 5 mal, also, sind teuer, also ungefähr 150 Stück von denen, immer für einen der Eisenblöcke, und ich brauche einige dieser Eisenblöcke für so einen Enchanted Hopper und so, also da muss ich die Eisenproduktion, ja, da muss ich die wahrscheinlich alle aufs Maximum upgraden, erstmal so langsam, ich glaube, das mache ich, bevor ich diese Eisenblöcke crafte, weil sonst wird es ja die Hölle, so, aber ja, ich crafte mich kurz hier durch, und dann schauen wir mal, wie viele ich habe, 50 Stück, ooooh, 1, 2, 3, ich glaube, ich habe genügend für meine Rüstung, ich habe genügend für die Rüstung, Alter, und ich habe ihn noch nicht mal fertig mit dem Eisenzeug, hier, die sind ja nur, ein paar sind ja noch voll, Alter, let's go, das Geile ist, ich crafte mir jetzt zwar die Rüstung, aber ich soll die ja auf Level 60 verzaubern, bevor ich den Verteidigungszauber drauf mache, eigentlich, jetzt müsste ich eigentlich viermal Level 60 Farben, und jedes der einzelnen Rüstungsteile damit dann verzaubern, tue ich mir das an? Ich weiß es nicht, aber eigentlich müsste ich das machen, ihr habt doch geschrieben, ich soll eine zweite Reihe an Bücherregalen bei meinem Verzauberungstisch aufstellen, das geht hier, äh, wird gemacht, äh, wurde schon gemacht, eher, nein, ich habe hier, ich habe es gestapelt, nein, hier auf 10 nach 6, ja, gut, so, und, Golem Hosen, Golem Schuhe Time, Golem Schuhe, und der Golem Helm, ei, 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 was ne Crafterei, Golem Helm, ah, weg damit, Golem Time, perfekt, ich glaube, wie cool wir sind, oh, ist cool, dass wir auch so eigene Texturen haben, also das Texture Pack, das Texture Pack hat sich schon gelohnt, das ist schon cool, und es ist echt enttäuschend dafür, so 100 Jahre zu craften, wenn es da nicht irgendwie besonders aussieht, oh, bin ich froh, endlich weg damit, ja, und ich kann Protection 5 machen, habt ihr mir gesagt, also brauche ich dafür ja eh nur ein bisschen Eisen, ich nehme mal 3 Stracks mit, sollte er reichen, und ein bisschen Papier, und sollte mir dann, äh, einiges an Protection zusammen craften müssen, alles können wir ja alles hier schon vorbereiten, wo ist mein, ich habe kein Papier mehr, warum habe ich mein Papier verbraucht, ich weiß nicht, irgendwas habe ich gecraftet, aber wir haben hier Zuckerrohr in Massen, in der nicht sortierten Kiste, und ich habe überall Werkbänke aufgestellt, weil ich immer bis zu jeder Werkbank rennen muss, sonst hat mich irgendwann nur noch genervt, war das nicht das Rezept für Papier, Warum ging das jetzt so? Hä? Egal, dann machen wir es halt so, so, genau, dreimal Papier, und Eisen, genau, Protection, die Teile brauchen wir also achtmal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, acht, hallo? Wir brauchen noch ein bisschen mehr Papier, acht, okay, so, genau, die müssen wir jetzt immer zusammen craften, also das, das mit dem, kostet sechs Level, Alarm hält immer Protection fünf, statt zwölf Verteidigung, 15 Verteidigung extra, äh, auf den Armausklicken zum Verwenden, genau, sowas, das mit dem, combine, das mit dem, combine, dass die Sonne Maus kleben bleibt, mit dem, nicht genügend Level, jawohl, okay, dann brauchen wir noch ein paar Level, eins, dann können wir die beiden auch versinksen, und die tun wir später auf die Rüstung, weil wir vorher, äh, hier drüben, wir mussten eine Treppe bauen, weil ich sonst nicht mehr reinkomme, man muss das komplett umkreisen, ich weiß nicht, ob die Leitern das auch blocken, blockt die Leiter das? Kann sein, dass die Leiter das blockt, ich hab sie mal abgebaut, äh, komm ich hier noch raus? Na, man ist echt zu klein, um dann rauszukommen, okay, dann, überlege ich mir vielleicht, was, oder wir verzaubern einfach von da oben, und haben gelitten, wenn wir reinfallen, mhm, ja, wenn man jetzt hier Sachen, auf Level 60 verzaubern kann, höher hab ich's nicht gekriegt, aber die Leute meinten, das gibt 64, vielleicht wollen wir Bücher oder so, aber einige meinten auch, Level 60 ist effizient genug, weil man da die größten Verzauberungen kriegt, hier, Effizienz 5 würde ich direkt draufkriegen, mit 60 Leveln, das ist schon, vier, genau, und da muss ich meine Rüstung verzaubern mit, weil, ich kann natürlich auch Bücher verzaubern, aber da müsste ich das, 100.000 mal ein Buch reinlegen, bis da die richtige Verzauberung kommt, weil's hier echt viele gibt, und ich brauch, ich glaub, Growth war's, okay, ich, vielleicht auch nicht, aber ich denke, Growth war's, das war, das was da mehr Leben gibt, genau, und das muss ich halt Stufe 5 bekommen, und dann damit jedes einzelne Teil verzaubern, und danach auf dem Amboss mit den Büchern noch zusammen craften, und dann hab ich, äh, viel Verteidigung, aber auch so, einfach nur durchs Anlegen der Rüstung, hab ich schon mehr Verteidigung und Leben, als mit der vorherigen Rüstung, deswegen ist das doch schon mal ganz gut, einige Leute haben ein bisschen Angst um mich, haben sie geschrieben, als ich gemeint hab, ich will zum End und, äh, Enderman töten, aber Leute, ich bin, ich bin Zombie, ich schaff das, auf alles, so, dann guck mal, wenn jetzt irgendwer anfängt zu spielen noch, kriegt er direkt eine Lapis Rüstung geschenkt, man muss die erst gar nicht fahren, wie schön ist das denn, ja, ist ja schön, äh, was hab, was hab ich eigentlich für bekommen, achso, den Hontopper, da, und so, einer von denen kostet 32, das ist ja mal 5 mal, es ist so teuer, einen von diesen Blöcken herzustellen, wenn ich zwei davon allerdings hab, wofür ich die halt aber viel länger noch, hätte laufen lassen muss, dann bin ich der coolste, oh, da sind ja auch noch überall Eisenbahnen drin, oh, da auch noch, ach, das will, okay, also ein paar Eisenbahnen habe ich noch, das ist ja schon mal ganz schön, aber darum kümmere ich mich, äh, zwischen den Folgen, dass ich dieses Golem Schwert noch bekomme, weil es war richtig stark, vielleicht hätte es sich auch eher gelohnt, dass ich die Gegner eher töte, als mich vorhin zu verteidigen, aber, naja, was geschehen ist, ist geschehen, so, jetzt sind glaube ich alle leer, jetzt schon wieder zwei Blöcke gesammelt in der Zeit, der auch, und der auch, okay, jo, gut, das ist die Ausbeute, die nachdenkliche noch, so, jetzt gucke ich einmal kurz in die Kommentare, weil ich meinte ja, schreibt mir einfach, was ich tun soll, und ich schaue mal, was die Leute hier so geschrieben haben, und dann sehen wir uns hier wieder, so, ich habe die Kommentare durchgeschaut, und ein paar praktische, Sachen standen da, zum Beispiel, dass ich das End hinter dem Spinnenbereich finde, und da gehen wir heute mal hin, auch wenn ich, äh, viele Kommentare schon meinten, ich werde dort nicht sehr lange überleben, ich möchte trotzdem mal hingucken, wenigstens, aber das ist glaube ich so ein Endgame-Bereich, und, äh, allgemein meinten die Leute, ich soll, äh, eine Mob-Farm bauen, um so Enderman auf meine Insel zu bekommen, weil die sind tötbar, im Vergleich zu, den dort, mal schauen, ansonsten, hat Itsmiyoshi geschrieben, dass das Portal bei dem Zauberer noch nicht funktioniert, sie sagt zwar immer 3 bis 5 Tage, aber das sagt ihr schon seit, äh, Ewigkeiten, also, ja, es wird wahrscheinlich mit einem Patch kommen, das Portal bei dem Zauberer, ich dachte, es wäre das Endportal, dann fragt noch Melissa Denikli, äh, ob ich das Projekt mal streamen könnte, und, ich weiß nicht, es passiert halt immer sehr wenig, und ich schneide dann lieber die Folge so zusammen, dass halt, in der Folge, alles Interessante immer passiert, und dass das Ganze rumgestehe, und nichts getue, äh, ja, halt, im Spiel passiert, ich weiß gar nicht, was ich davon streamen würde, ich wäre da voll überfordert, weil ich schon überfordert bin, mir Sachen für die Folgen immer rauszusuchen, klar, ich könnte einfach ein Haus bauen oder so, aber, ich weiß nicht, ich mach das alles immer lieber in Videos, weil, da kriegt es jeder mit, Livestreams gucken, dann halt meistens, obwohl, ich weiß nicht, wie es bei YouTube Livestreams ist, das ist ja die Aufzeichnung da noch auf YouTube, das mag ich sehr gerne, aber bei Twitch hat es mich immer genervt, wenn ich auf Twitch gestreamt habe, haben halt dann, 3000 Leute zugeguckt, und die anderen, 90.000 Leute, die es gerne zugeguckt haben, haben nichts mehr mitbekommen, auf einmal von dem Projekt, und, haben dann irgendwie einen Zeitsprung im Projekt, das hat mir immer nicht gefallen, wenn ich es auf YouTube streame, ja, aber ich wüsste trotzdem nicht, was ich mache, also eher nicht, aber, aber danke für die Anfrage, ich werde es im Kopf behalten, super fishy, oh, warum muss ich, ach so, meine Absorption, zwei Herzen extra, Alter, ich kriege extra Leben fürs Töten von dem Gegner, wie lohnt sich das jetzt so sehr, ist halt die Frage, hm, naja, ich habe, wie lange, 20 Sekunden, oh, das geht ja, aber ich habe noch zwei Kommentare, warte, Sarah XY hat geschrieben, genau, das Ende ist hinter der Spinneninsel, nur vier Likes, weißt du, die Frage, die ich hier hauptsächlich beantworten, beantwortet haben wollte, beantwortet einfach eine Person und hat vier Likes, was ist los mit euch, wusste halt wahrscheinlich niemand, äh, hinter der Spinneninsel, von der Spinneninsel kann man auf die Neta und Endinsel gelangen, also muss ich nicht zur Blazing Fortress, sondern zum End irgendwie gelangen scheinbar, ich, ich gucke mal, was ich hier so finde, aber wir müssen auf jeden Fall noch viel weiter hoch, und ich brauche halt eine bessere Waffe mittlerweile, ne, ich habe das ja nicht mal mit Sharpness verzaubert, Ne, stimmt, sowas gibt es ja noch, Sharpness, ist aber mein Looting Schwert, ja, Spinnenzeug kann man eigentlich allgemein auch immer gut gebrauchen, genau, hier ist das Portal zur Blazing Fortress, da könnte ich hingucken, wir schauen mal rein, was da für Meldungen entstehen, danke fürs Feuer, und von hierher kommt man nicht zum End, talk to L of the Nether, kämpfe gegen Neta-Mobs, besiege den Magma-Würfelboss, sammle Neta-Warzen, Blaze-Swats und Magma-Creme, ah ja, interessant, ich weiß nicht, ob hier ein Portal zum End ist, sehr merkwürdig, wenn es hier wäre, weil ich würde es akzeptieren, wir haben auf jeden Fall genug Level, um die zwei Bücher noch zusammen zu craften, verrückt, ja, was ich so mitbekommen habe, dass die Leute die Magma-Würfel in Blazing Fortress farmen für Level, ich weiß nicht, ob es eine effizientere Methode für Level gibt, wahrscheinlich eine eigene Mob-Farm, oder? weiß nicht, Alter, die hat jetzt Spinnenweben geschossen, äh, ich gehe mal weiter hoch, juckt mich nicht, was ihr macht, oh oh, ah, ah, die Super-Spinne, ist runtergefallen, 20 End-Zeug, bisschen, oh, das war nicht klug, ich habe das End gefunden, warum springe ich hier einfach runter, wenn ich End-Stein sehe, aber, weg, toll, so, deine Schuld, Spinne, oh, hört auf mich zu hauen, ihr ganzen, bösen Mobs, aber ich heim mich scheinbar damit wieder voll, dadurch, dass ich die Absorptionen neu auffülle, ist cool, ja, wir schauen einfach mal weiter hoch, ich meine, es stand ja da, man soll die Spitze erreichen, vielleicht ist was auf der Spitze, außer Enttäuschung, wir finden es heraus, so, da drüben geht es weiter hoch, äh, alter, macht sie ja einen Dash-Angriff in mein Gesicht, hier geht es nicht weiter hoch, hier bin ich am letzten Mal runtergefallen, und ich bin zweimal in dieselbe Falle gelaufen, äh, okay, äh, wir gehen hier außen weiter, ja, das sieht gut aus, dann hier raus, und dann hier am Rand entlang, nein, verdammt, ist auch noch runter, wie kommt man hier nach oben, ist das schon die Spitze, ne, da oben sind doch noch Gegner, oh, alter, puh, da hat mich eine Spinne überrascht, hallo, hier James, wollte dir nicht deine Spinnen klauen, ich bin nur, irgendwie, da zufällig hingefallen, hehehe, oh, eine Prick im Chat, wie komme ich zum End, vielleicht antwortet einer, weiß ich, ob der Kommentar richtig war, alter, ich töte hier Spinnen und End, und es hört nicht auf, ha, ha, hallo, hallo, I don't know, sorry, ja, ich wüsste auch gerne, wie man zum End kommt, schon Jul, irgendwie, ah, YouTuber, nee, no, wie kommt der da rauf, rarge Zeichen, ihr rankt, ich glaube, immer doof, wort rankt, ha, 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 Der will so viel Spaß. Da hängt ein bisschen Endzeug. Da auch. Wie braucht man da diese Angel und muss dann da hochklettern da innen? Kann ja sein. Man kann ja sich irgendwie mit so einer Angel durch die Gegend ziehen. Weil irgendwie ist ab der Ebene hier Schluss für mich. Ich könnte ein Video angucken, wie ich zum End komme. Da gibt es bestimmt eine sinnvolle Antwort. Ich schau mal. Ich finde nichts. Hä? Ich habe gerade Skypixel Highblock gegoogelt. Highpixel Skyblock. Es ist unten am Boden. Wir müssen einfach nur ganz runter. Okay, okay. Nehmen wir die Abkürzung durch die Spinnennetze. So, irgendwo ganz unten. Da hinten, da ist es. Und ich suche hier oben die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung, Blazing Fortress ist auch hier oben. Warum soll das andere da unten sein? Ist ja richtig schwachsinnig. Na gut. Wir springen aber in unseren Tor. Alter, wir haben keinen Fallschaden bekommen. Wir brauchen unbedingt so eine Angel. In dem Video, wo ich gerade nachgeguckt habe, wie der eine da hingelaufen ist, der macht einfach so ein Angelboot und wirft sich über die halbe Map. Gefühlt. Also muss ich unbedingt noch angeln. Combat Level 12. Ah, okay. So viel dazu. Da suche ich die ganze Zeit und dann werde ich hier einfach nur weggeschubst. Ich glaube Combat Level 10 oder so habe ich ja so. Ich bin da dran. Aber nicht nah genug. Wollen wir mal die Spider-Den-Quest machen? Hier gibt es ja scheinbar irgendeinen Rick, der mit mir reden will. Ich gucke mal, wer Rick ist. Ja, ich habe keinen Rick gefunden. Aber, äh, ich will gerade mal gucken bei Angeln. Äh, nee. Nicht Rezepte, sondern Collection wollte ich gucken. Genau, Collection Angeln. Achso, ich muss erst mal die ganzen Fische fangen, damit ich Rezepte bekomme. Ich würde halt gerne wissen, wo ich diesen Greifhaken her bekomme. Weil der ist halt schon cool. Und ich hätte ihn gerne. Und vielleicht ist es halt auch mehr Endgame oder so. Was eine Enttäuschung jetzt hier heute in die Richtung zu gehen. Dann muss ich mir echt so eine Standard-Billow-Mob-Farm bauen. Meine Insel, toll. Dann mache ich so eine mit so einem Würfel, wo die ganzen Mobs runtergespült werden, oder? Will ich aber später wieder abreißen. Ich finde das echt nicht schön. Ich habe einen Bogen gedroppt bekommen. Cool. Da schon wieder läuft hier einer mit so einer Angel rum. Und der hat eine Lapis-Rüstung. Also irgendwie muss sie ja verfügbar sein. Guck mal hier die ganzen Shops mal durch. Ja, ein bisschen mehr Erfahrung fürs Angeln gibt es bei der. Aber sonst, ich glaube, da kann ich mir schon eine coolere Angel selber basteln und verzaubern. Hm. Naja, mache ich das so wie bei allem. Ich gucke mal kurz in einem Video, woher kriege ich den Grappling-Hook. Hallo, hallo, Leute. Willkommen zurück zu einem neuen Guide. Leute, ähm, Leute. Also, erstens von allem Leute. Und Leute, ich muss euch sagen, dass ich euch sagen muss. Ähm. Und, äh, ich hab, er hat irgendwas mit Strings erwähnt und ich hab das Video erstmal pausiert. Äh, weil, wenn's was mit Strings ist, kann ich in die Collection gucken. Und schauen, ob hier ein Grappling-Hook. 10. Aha. Jetzt sogar hier eine eigene Textur. Okay. Was machen die Spinnenschuhe? Allowst du dir zu double jump. Ich will Spring, äh, Strings. Doppelsprung mit Schnelligkeit und Intelligenz. Äh, wahrscheinlich verzauberte Spinnenfäden. Ja. Aber 64 verzauberte Spinnenfäden sollten ja nicht so schwer sein. Muss ich mir nur, muss ich die Mauer hochziehen und alle meine Eisendinger in Spinnendinger umwandeln. Ah ja, 36 Spinnfäden werden ein verzauberter Spinnenfaden. Okay, das geht vom Preis her. Wahrscheinlich kriegt man Spinnfäden aber nicht so schnell wie Eisen und so. Deswegen dauert das ein bisschen länger. Boah, da hätte ich schon Bock. Spinnzeug jetzt zu farmen. Aber warum ist das alles so warten? Ich kann, ich kann auch gucken, wie viel ein Grappling-Hook hier kostet. Aber ich weiß nicht, ob ich das will. Es gibt ja eigentlich das ganze Spiel, aber man wartet auch irgendwie nur. Ich habe jetzt sogar noch nie mit dem geredet. Ja, lass mich mal gucken. Browser. Äh, Search. Grappling. Ja, hier gibt es einige Gebote für 7000, 6000. Sind hier scheinbar nach Preis sortiert. Jetzt gibt es irgendwie 28 Seiten voll. 1200. Da ist einer für 1230 Minuten. Ja, also ich könnte ihn einfach hier kaufen. Er hat irgendeinen Stärkebogen gerade zugeworfen. Den werfe ich gleich weg. Er hat einfach nur in Müll geworfen. Ist schon verlockend. Weil dadurch spare ich mir jetzt einfach 4 Tage Arbeit. Indem ich einfach hier einmal klicke und die 1000 Coins ausgebe. Ja, ich würde mir schon gerne selber verdienen. Ja, Luis Solo hat auch noch einen guten Kommentar geschrieben. Das machen wir einfach mal kurz. Aber was geht. Äh, ich muss Schwarz Eichenholz farmen. Und damit kriege ich das Growth Rezept zum Verzaubern. Dann muss ich keine 10 Millionen Level farmen. Das klingt wesentlich angenehmer als 1000 Level zu farmen. Und da die Verzauberungsrezepte eigentlich relativ früh sind. Kann ich mir vorstellen. Dass das eigentlich recht schnell erreichbar ist. Gucken wir mal. Schwarzeichenholz. Ja, verzaubertes Buch Grow. Kann ich das Rezept sehen? Acht verzauberte Eiche. Ah, das ist doch ein bisschen teurer. Und es gibt schon 60 Leben mehr dazu. Stufe 4 nur. Davon brauche ich ja 2 Stück für eine Stufe 5. Ist schon cooler, dass ich einfach so zu craften. Anstatt seine Rüstung auf Level 60.000 Mal zu verzaubern. Das brauche ich ja noch öfter. Ist ja einfach was für die Zucht. Ich brauche mehr Minions. Warum bin ich an meinen Minions begrenzt? Ich will einfach 10.000 Minions aufstellen dürfen. Kann doch nicht so schwer sein. Ah, wer gibt mir Holz? Alter. Okay, jetzt habe ich genügend Holz, um hier mal einen Minion zu bauen. Wenigstens. Das Holz lasse ich mir schenken. So. Jetzt haben wir hier ein bisschen Holz. Und dann können wir uns da einen Minion draus machen. Ist schon mal gut. Machen wir doch direkt. Hier haben wir hier doch bestimmt noch eine Axt. Roll. Und den Minion macht man bestimmt wieder wie alle anderen. Brauche ich gar nicht so Rezept nachgucken. Ja, Dark Oak Minion. Alter. Was ein Gangster. Den könnte ich jetzt da zu der Baumfarm hinstellen. Muss ich nur die Bäume hier weg machen. Wir bauen beim nächsten Mal eine Mobfarm. Das ist schon mal unser Plan. Und... Ich lasse hier doch bis zum nächsten Mal alle Eisen sammeln fleißig. Meine kleinen Arbeiter. Und dann ändern wir das zu einer Spinnenfarm oder so. Ich werde doch versuchen, dass ich aufs screen jetzt die ganzen Minions mal crafte, damit ich ein paar mehr Minionslots bekomme. Ich muss ja eigentlich so jeden Minion einfach nur einmal craften und dann zweimal upgraden. Das ist ja eigentlich so das günstigste, was geht. Also ich reiße die alle ab und platziere für jeden anderen Minion dahin und dann lasse ich die einfach ein bisschen farmen. Sobald die Inventar einmal voll ist oder so, kann ich die bestimmt noch zwei, dreimal upgraden. Das geht ja eigentlich recht schnell, die ersten drei Upgrades. Es gibt ja tausende. Obsidian, Glowstone, Gravel, Sand, Clay, Ice, Coal, Diamant, Emerald, Quarz, Endstone, Melon, Pumpkin, Carrot, Potato und da kann ich jeden dreimal upgraden. Äh, eigentlich sollte das jetzt machbar sein. Und die Blazing Fortress können wir noch erkunden beim nächsten Mal sonst. Gut. Dann wird beim nächsten Mal gebaut. Dann gucke ich da mal, dass ich auch ein paar Fragen von euch beantworte. Wenn ich welche in den Kommentaren sehe, die interessant sind und nicht schon 10.000 Mal gestellt wurden. Ich habe übrigens ein FAQ, wo vieles schon beantwortet ist. Und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich habe euch Spaß beim Zusehen. Bis dann, euer jetzt eisengoliger, golemiger Zimbelmann. Tschüss.